Ich werde nicht auf den Boden gehen. Ich werde nicht auf den Boden gehen. Das Material ist der Fall. Ihr habt auch die Situation, was ich mir empfehlen soll. Ihr habt auch die M*********. Ihr hängt nur auf den Boden. Ihr hängt auch auf den Boden. Sie geht um den Boden. Sie sollen sie auf den Boden beziehen. Ihr wird es denunzieren. Haben die versucht, die auszurauben, oder was? Oder ist das gerade nur der Tüger? Mein Kind, mein amor. Ich wusste nicht. War das schon der erste Clip? Hä? Haben die Müllmänner gerade dem hinterhergeschrieben? Ne, die waren einfach mitten in der Arbeit. Ah, der Bruder ist aber auch sehr, sehr schnell durch den Verkehr gefiltert. Also natürlich Schuld vom Autofahrer, aber wenn du so schnell durch den Verkehr rast, dann musst du dich nicht wundern, wenn sowas passiert, dass dich Leute übersehen. Oh, oh, oh. Läuft. Die ganze Zeit, oh. Da hat die Fußrasse die ganze Zeit geschliffen. Ich hätte schon gedacht, er packt sich vorher hin. Das sah vorher schon... Nein, das sah vorher schon ganz komisch aus. Das ist der Schrieg. Das ist der Schrieg. Das ist schon gleich in die Pflege. Der Prohi kann auf jeden Fall fahren. Was ist das für eine Maschine? Was ist das für ein Kombi? Was ist das für ein Land, wie die durch eine Autobahn über die Autobahn hetzen? Was sie auch getrogen da haben. Was ist die MT-09? Hübsige geile Schaumlanze. Neben dem US-Boot. Krass. Heftig, wie der gefahren ist, Alter. Pst. Kurz mal Lenker schlackern. Eier flattern und Lenker schlackern. Digga, warum macht er denn den Wheelie genau neben dem Auto? Er hätte doch einfach das Auto überholen können und jetzt den Wheelie machen können. Er ist wieder ein gestesmerkender. Schritt. 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 Ob der noch lebt? Hoffentlich. Auf dem Naked geht das schnell mit dem Schlackern. Wahrscheinlich, weil auf dem Vorderrad nicht so viel Druck ist, wie auf einer Sportler, oder? Also, weil man ein bisschen weiter nach hinten sitzt, den Oberkörper nicht so krass auf dem Vorderrad hat. Deshalb hat das Vorderrad weniger Gewicht und fängt bestimmt leichter an zu schlackern. Da einer im Gegenverkehr kommt. Best Sound for the Neighbors. Das sind alles MT-09s, wa? Gefahren einer MT-09. Deshalb steht er doch an dem Titel. Das Stil in der Instruktion. Ich hab mich gerade vertreten. Ich hab mich gerade vertreten. Ich habe mich auch gerade vertreten. Derne Reise suis mir vertreten. Das ist ein bisschen nachdenken. Ich dachte schon, da war eine Mausefalle. Digga, manche gehen aber wirklich mit ihrem Leben um, wie in einem Videospiel. Vergessen die, dass es da kein Game Over gibt? Ne, dass es ein Game Over gibt. Andersrum. Dass die sterben, wenn es Game Over ist? Die Goldkette ist am Handgelenk. Na, dann kann nichts passieren. Keine Handschuhe, aber Goldkette. MT-09, ich glaube, ein richtig heftiges Allrounder-Bike. Fährt sich bestimmt auch richtig gut. Ich glaube, ich bin noch nie eine MT-09 gefahren. Aber optisch ist es jetzt nicht so mein Fall. MT-09, MT-07 und es gibt ja auch die MT-125er. Die habe ich erst gestern gesehen bei einem Boy. Und die sah wirklich schick aus. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und da war überhaupt nicht. Bis zum nächsten Mal. Und das war mit mir. ų USD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017